Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Conan Exils. Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. In den letzten Folgen haben wir da unten die Tempel gebaut. Da steht schon eine neue Plattform, erzähle ich aber gleich was nach dem Intro. Wir haben ja die Tempelchen gebaut und ich wollte die eigentlich dann doch noch auf so Podeste setzen. Das habe ich mal gemacht. Leider kann ich die gar nicht so dicht nebeneinander setzen, weil die dann rummeckern. Ihr seht, hier sind auch schon einige zusammengekommen. Hier fehlt nur noch Seite und die Futter. Die könnten wir vielleicht mal machen. Wie sieht es bei dir aus? Den können wir mal upgraden. Haben wir alles da und hier haben wir noch einen Tempel, den wir jetzt hier natürlich noch instellen. Das Podest habe ich extra hier so mal vorbereitet. Das sollte eigentlich passen. Ich weiß nicht, genug Kontakt zum Boden. Ich wollte schon mal sagen. Oh, shit. Warum treffe ich den nicht? Irgendwie ist er ein bisschen am Leggen heute. Oh, ich bin gleich tot. Wenn das so weitergeht. Also geht doch. Alles rot. Das ist vorne. Okay. Da kommt schon wieder ein Wolf. Da müssen wir aufpassen. So, damit steht der nämlich auch schon. Hier können wir Rezept Ambrosia machen. Schwedene Essenz. Rezept Opfergabe für mich. Kommt ja von ganz alleine. Mitra Kreuz. Und hier natürlich dann die Aufbereitung wieder. Da brauchen wir die Waren. Müssen wir die auch erst mal wieder farmen. So. Kannst du erst mal raus. Ist ja schon fertig. Woher bist du noch dran? Ne. Der ist noch dran. Das dauert auch ein bisschen. Ich bin gespannt, was du mir dann produzieren kannst. Ich habe mich ja noch nie so wirklich mit den Tempeln beschäftigt. Komm hoch da. So. Ich muss dann erst mal hier gucken. Weg damit. Was wir brauchen für die Gamaschen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, alles weg. Wird der mittlere haben? Ich glaube hier ganz normalen. Oh, da brauchen wir Zwirn für und Leder. Haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Ja, das wird langsam eng. Dann hätten wir den Wolf mal kurz holten sollen. Ja, aber Zwirn haben wir gar nicht mehr, würde ich mal sagen. Ja, auch nicht drin. Da ist nur Leder drin. So ein Shit. Mal gucken, was hier. Der Tänzer ist immer noch dran. Aber der ist fertig. Und der Schmelzer ist fertig. Ich setze meinen Schmelzer mal hier hin. Das ist nur auch hier, oder? Meine nackte Haare. Kommen wir jetzt vielleicht mehr raus oder geht einfach nur schneller? Ich weiß es gar nicht. Geht wahrscheinlich eigentlich einfach nur schneller. Dann haben wir noch hier diesen Holzspachtel-Tüten. Nee, der kommt da gar nicht hin. Ein Gerber ist das. Ah, okay. Okay. Alle nackte Weiber. Aber ist ja auch gewollt. Wir sind hier Amazonen. Ja, Männer nix zu suchen. Dass die alle nackig sind, kann ich nix für. Wir müssen uns jetzt aber erst mal hier hochbegeben. Wir brauchen definitiv Zwirn. Wir brauchen hier mal ein bisschen hin und her eiern. Gibt ja immerhin ein paar. Gleich wieder die Bären dabei. Anders fragen wir mal, das geht nicht. Dass man darauf nochmal zurückgreifen muss, ne? Auf so billige Sachen im Endeffekt. Denkt man meistens drüber gar nicht nach. Deswegen lässt man das auch immer liegen. Für unsere neue ultimative Rüstung. Zwirn. Da sind zwei Teile, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich weiß aber gar nicht, ob ich überhaupt genug Seide noch habe. Ein bisschen habe ich zumindest. Müssen wir gleich mal gucken. Ich nehme mal mit. Mit der Nachtsgewächs. Können wir auch neuen Sklaven mal ran schaffen. Steht gerade einer, so praktisch. Meckt er mich nicht? Oh, wie eine Frau passt. Nein. Ist er tot? Nee. Archer. Haben wir die? Ich glaube, die haben wir. Wo ist unsere Witte? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen gucken. Nee. Tolle Witte. Aber so schön platt gemacht. Und dann nicht da. Na, kommen wir hier hoch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier irgendwo sind wir runtergefallen, ne? Die ist echt weg. Na, tolle Wurst. Schade. Mach mal nix. Ist der Tempel jetzt fertig? Ich weiß es nicht. Ich sehe das schlecht. Zumindest sind die ganzen Bäume, die ich da gefällt habe, weg. Äh, hier. Mal gucken. Seide. Uh, 32. Perfekt. So, womit fangen wir an? Ich würde sagen Brustschutz und 20 Beine. Ja, aber geht nicht anders. Schwer gibt es ja davon nicht. Bloß das Brustfutter. Keine Chance. Leichte Stiefenfutter schaffen wir auch nicht mehr. Das soll er mal kurz machen. Dann Bären. Jetzt haben wir noch genug Schwarz. Da haben wir Farbe drin, ne? Schwarz haben wir gar nicht mehr. Gibt es keine Vorlage mehr? Ein bisschen hier. Alles weg. Keine Ahnung. So, ich nehme erst mal Bier mit. Den Rest müssten wir da haben. Ja, läuft echt ein bisschen uncool gerade. Nicht wirklich flüssig. Ich meine, das hat es schon lange nicht mehr so wirklich. Klar, dass er da zwei will. Ah, die Seite noch rein. Aber mehr hätte man eh nicht machen können. Machen wir die Beinkleider wenigstens. So, Maske, Schuhe, also jetzt könnten wir hier quasi Kleidung machen. Set, Kohlepfanne. Wo kommt es mir ganz gelegen? Riesen Schritt abgeschlossen. Religiöse Eifer. Ich treffe kaum. Seht ihr das? Ja gut, der ist auch tot. Nicht so ein Fell. So ein Fell brauche ich. Ich nehme an, das heißt, der ist hier fertig. So, Rüstungswert 7. Falsche Tasten. So, da hin. 16. Was ist das denn für ein Mist? Toll, ganz umsonst. Okay, da können wir die Sachen knicken. Da müssen wir wahrscheinlich echt die nächste Stufe erreichen. Wo wir hier weiter voranschreiten können. Stufe 50 Tempel halt. Ah, falsche Seite. Das ist aber schnell. Ich bin auch verdursten. Grundschütze 2. Doch, die ist jetzt auch meine. Ah, ich habe da irgendwas an der Ange. Ne, doch nicht. Das war ein Pfeil. Jetzt aber. Der ist echt weg, sobald man rennt, ne? Jetzt haben sie alles geändert. Da ist auch noch ein Wolf. Ich muss euch aufpassen, was du hier machst. Ich nehme mal einen Bogenschütz in den Herstellern, der mir die Tiere ein bisschen vom Leib hält. Krieg ich denn hier so einen Posten, so einen Käfig, dass er nicht weg rennt, aber von da aus alles abschießen kann? Was ist denn hier hin? Ich bin echt doof. Ich bin echt gut. Was ist denn der Arsch hier? Macht so keinen Bock. Der Tüter da ist draußen unterwegs. Ah, was vernünftiges zu essen. Nichts zu sehen von der Leiche. Komplett alles weg. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Ne, voll am Lecken. Da machst du nichts. Da müssen wir halt gleich Feier machen, bringt ja so nichts. Dann war es das für diese Woche jetzt wirklich uneffektiv. Wir haben jetzt die zwei neuen Sklaven hingesetzt. Wir haben... Das ist ein Tänzchen auf Stufe 2. Ich weiß gar nicht, wie ich an die herangekommen bin. Ist auch gleich vorbei. Ja, gar nicht. Ich brauche eh neues Fell. So, und neue Suppe. Die haben wir ja komplett... Willst du keinen Fisch? Noch eine andere zu essen für euch? Seht, ich kann nichts dafür. Ne, da muss ich jetzt Feier machen. Euch hat es hoffentlich trotzdem Spaß gemacht. Wenn ihr auch manchmal, vor allen Dingen aktuell, ist es ja echt langsam geworden, das Spiel. Auch so Probleme damit habt, dann sagt mir Bescheid. Am Rechner liegt es definitiv nicht. Deswegen lasst mir doch trotzdem ein Däumchen da. Wie gesagt, ein Kommentar, ein Abo. Wenn ihr noch nicht habt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!